Ich behandle gerade unsere Spielerin Viktoria Schwalm. Sie ist bei mir wegen anhaltenden Kniebeschwerden links. Zuerst klebe ich einen Streifen für den Quadrizeps bzw. den Rectus Fumoris, um ihn etwas zu entlasten. Den zweiten Streifen klebe ich für den Traktus Iliotibialis, an der Außenseite des Knies und Oberschenkels, um auch diesen zu entlasten. Über das Tape muss man dann mehrmals drüber streichen, damit es auch alles ordentlich hält und auch etwas warm wird. Jetzt lasse ich die Spielerin die Position wechseln und klebe noch ein Stabilisationstape für die Außenseite des Knies, sodass nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass sie nach außen wegknickt. Fertig! Wunderhübsch!